Also wichtig ist eine zentrale Haltung auf dem Rad, kennt ihr die Begriffe Grundposition, Aktivposition oder was auch noch dazwischen liegt, einfach dass man halt zentral steht, nicht zu weit hinten hängt oder zu weit vorne, sondern über dem Tretlager, Gewicht auf den Füßen und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Die Basis einfach für gutes Trailfahren müsst ihr einfach so machen. Es ist sehr wichtig, dass ihr eure Bremsen gut kennenlernt, also Einfingerbremsen bei den modernen Scheibenbremsen heute und da gibt es diverse Übungen, um das Gefühl für die Bremse zu bekommen, dass man nicht die Räder sofort blockiert, beide Bremsen gut kennenlernt und vielleicht auch mal auf einer Schotterpiste, am Schotterparkplatz mal eine Zielbremsung macht, bergab mal die Bremsen schleifen lässt, um ein Gefühl dafür zu kriegen und das ist sehr hilfreich im technischen Gelände. Gleichgewicht, kann man nie genug üben, nie zu viel üben und egal welches Level man hat, ja man fängt an langsames Fahren, auf einer Linie balancieren, man kann auch den Trackstand üben, das heißt stehen auf dem Rad, schön im Alltag, wenn man an der Stadt fährt, an der Ampel mal halten und so Geschichten, Step by Step das aufbauen, das hilft einem im Gelände enorm, wenn man ein gutes Balance-Gleichgewichtsgefühl auf dem Bike hat. Kurvenbasics sind auch sehr wichtig, also wenn ihr Kurven fahrt, das ist anders auf dem Mountainbike als beim normalen Fahrrad, das Rad ist mehr geneigt, der Körper bleibt zentral und da kann man noch mehr neigen, gibt es verschiedene Varianten, auch mit der Kurbelstellung und man sollte es einfach üben, damit man halt nicht das Problem hat, dass man mit der normalen Stadtfahrrad-Rennrad-Technik auf Schotter dann plötzlich wegrutscht, weil das ist ganz anders und deswegen Sattel am inneren Bein, man sollte da hinschauen, wo man hin will und so kann man die Kurven meistern. Bevor man sich in Steilpassagen oder Stufen im Gelände wagt, sollte man vielleicht mal an kleinen Treppen starten, eine Zweiertreppe, eine Dreiertreppe und dann kann man Schritt für Schritt auch das Technische und auch das Mentale dabei üben, weil man da quasi blind auf die Kante zufährt und eine zentrale Haltung, etwas tiefere, aggressivere Haltung für das steile Gelände und das Rad dann unter sich arbeiten lassen, das ist ganz wichtig und dann könnt ihr auch im Gelände mit der zentralen Haltung das Meistern und nicht den Hauptfehler machen, indem viele einfach die Arme strecken hinter den Sattel gehen, da braucht ihr ja keine Gedanken machen, der Sattel wandert unter euch, alleine nach vorne und ihr könnt zentral über dem Tretlager bleiben. Hindernisse überwinden Hindernisse überwinden, ja das ist eine ganz wichtige Sache, dicke Wurzeln oder auch im Alltag mal eine Bordsteinkante und da sollte man die Eintrittskarte lösen, das ist nämlich das Anlupfen des Vorderrads, da hilft zum Beispiel der Manual Impuls Tief gehen, den Lenker wegschubsen, dadurch kommt der Körperschwerpunkt etwas nach hinten und das Vorderrad folgt in die Höhe, ja das kann man machen und als nächste Übung, das ist dann schon nicht mehr ganz basic, aber das Hinterrad mitnehmen, Füße und die Pedale spannen und das empfehle ich euch auch Step by Step zu üben und zieht euch Schienbein schon an und damit ihr keinen schmerzhaften Kontakt zum Schienbein bekommt und Schritt für Schritt aufbauen und nachher geht es auch Richtung Bunnyhop, werdet ihr Step by Step aufbauen. Es geht darum, wenn man jetzt schneller wird auf Trails, dass man wenn man die Basics drin hat, das Tempo steigern kann, man lässt das Bike unter sich arbeiten, durch Wurzelfelder, Geschwindigkeit stabilisiert, das ist ein wichtiges fortgeschrittenes Thema, steigert das Tempo. Auch langsam und technisches Fahren ist sehr wichtig, einfach weil man auf engen Trails im technischen Gelände viel Bike-Kontrolle braucht, Basics wie Gleichgewicht und so ist da sehr wichtig, Hinterradversetzen, Vorderradversetzen, das sind wichtige Themen, schmale Pfade bieten oft da Herausforderungen in dem Bereich und die Challenges gehen bis zum Versetzen, Basics wie Blickführung und gutes Radgefühl sind natürlich da sehr sehr wichtig. Und macht das Schritt für Schritt, steigert euch und übt auch immer schön weiter das langsame Fahren, damit ihr da sicher euch fühlt und dann euch immer auch langsam bewegen könnt, zum Beispiel auch mal ganz langsam eine Treppe runterfahren. Und das sind ein paar Tipps, die man da machen kann, damit man dann im langsamen technischen Gelände optimal unterwegs ist. Der Banihop ist eine Sache, die braucht man immer, ja, ob man jetzt ein Hindernis hat, in der Übung kann man erstmal einen Baumstamm nehmen oder einen Ast oder vielleicht einfach nur eine Linie, das ist einfach unglaublich wichtig, diesen Move zu üben. Erst das Vorderrad kommt hoch, das Hinterrad folgt dann, wenn man abspringt aus den Beinen, ja, und auch, das ist einfach unglaublich wichtig, sich da Schritt für Schritt ran zu tasten. Erst das Vorderrad üben, dann das Hinterrad üben, dann zusammenfügen zur Wippe, dann alles zusammen zum Banihop, man kann in der Luft das Hinterrad noch hochziehen. Bleibt daran, übt den Banihop, im Trail braucht ihr ihn andauernd für Prehops, für Hindernisse, gebt das nicht auf, macht weiter. Also man sollte mit dem Rad viel spielen, das ist klar, wenn man nicht die Zeit hat, an dort Weigen zu gehen, aber 10 Minuten am Tag ein bisschen rumspielen mit dem Fahrrad, das bringt unglaublich viel. Treppen runterspringen, rückwärts fahren, Bordsteinkanten nehmen als Hindernis oder als Drop, oder man kann auch auf einer Bordsteinkante balancieren, das ist auch super, auch auf einem weißen Verkehrsstreifen, auf kleinen Mäuerchen. Man kann Treppen nutzen zum Reinspringen, man kann sie absurfen, man kann alles mögliche, man kann natürlich auch einen Rudi-Deckel rumkurven, um die Kurventechnik einzutrainieren, das macht eine Menge Laune. Und Treppen ja auch mit anderen Abständen mal nutzen, um schön zu lernen, wie man unter das Bike unter sich arbeiten lässt, Bänke, all sowas könnt ihr nutzen. Schräglagen in kleine Mauern, zwei Wallrides. Drops sind super wichtig, einfach im Gelände habt ihr Stufen, die ihr, wo das Hinterrad nicht abkippen darf, dann müsst ihr Drop-Technik anwenden, in Bombenlöcher oder einfach auf Trades, manchmal Geländestufen, Kanten. Da sollte man das Üben, das Vorderrad leicht machen, mit einem Manualimpuls oder einem Floater-Drop. Erst wieder einen kleinen Bordsteinkanten üben, dann kann man kleine Kanten im Gelände nutzen, man kann auch da natürlich in den Bikepark gehen, da man mit Tempo die Übungs-Drop springen, mit einem Floater, oder einfach mal mit dem Manualimpuls, mit etwas weniger Tempo das Ganze machen, sich Schritt für Schritt steigern. Es gibt auch viele Drops, die man da hat zur Übung, man kann auch anfangen, das Vorderrad einzuschlagen und ein bisschen zu steilen. Und Droppen macht einfach Spaß, es bleibt, es ist eine mentale Herausforderung, Technik ist einfach, es macht einfach unglaublich Spaß, also Drop-It. Das Hinterradversetzen ist einfach unglaublich wichtig, wenn es dann immer technischer, immer enger wird. Und dann eine saubere Technik zu lernen, ist einfach unglaublich existenziell, mit schleifender Vorderbremse, mitten im Impuls aus dem Körper. Man muss es einfach üben, Schritt für Schritt und dann angepasst üben. Vielleicht erstmal die kleinen Nose-Feels, man muss sich auf dem Vorderrad wohlfühlen, die Vorderbremse ganz zu, dann schleifen lassen, das weiter üben. Und dann geht es in technische Gelände, man kann das anwenden. Vielleicht auch mehrfach versetzen, das ist super wichtig, dass man da auch Schritt für Schritt herangeht. Anlieger und Pumptracks, aber man hat im Wald manchmal so natürliche Anlieger, das macht eine Menge Laune. Man kann mit Schwung um die Kurve herum. Im Bikepark kann man natürlich super üben, das ist ideal, die Strecken dort. Was viele falsch machen, die lehnen sich voll mit dem Körper rein wie ein Rennradfahrer und das ist nicht optimal. Besser ist es, wenn man das Rad mehr geneigt hat, den Sattel am inneren Bein, je nachdem. Man kann die Kurven natürlich auch pumpen, wie im Pumptrack, das ist natürlich eine gute Sache. Das heißt, in der Kurve drückt man das Rad noch in den Boden rein, dann wird man schneller, wenn man aus einer Kurve rauskommt. Und das ist natürlich eine super Sache. Im Pumptrack kann man das top üben, weil man hat viele Wellen und die Kurve fühlt sich dann ähnlich wie eine Welle, dass man das Rad reindrückt. Also aus den Beinen reindrückt, wie bei einer Welle. Erstmal in den Wellen üben und dann kann man das Ganze auch in der Kurve machen. Die Blickführung ist ganz, ganz wichtig und die Linienwahl, diese Schräglage, da muss man sich dran gewöhnen, aber es macht eine Menge Spaß. Im Pumptrack ist es generell wichtig, dass man nicht nur mit den Beinen das Rad in diese Mulde reindrückt, sondern auch mit den Armen. Und man wird immer schneller, das ist super. Sprünge trainieren kann man schon im Wald, auf Trails hat man auch so kleine Anhäufungen, die im Sprung funktionieren, dann in eine Streckung gehen, beim Absprung schön die Landung abfedern. Man hat natürlich den Vorteil, wenn man jetzt einen Bikepark hat oder eine lokale Strecke, dass man schon Tables hat, an denen man üben kann, die es richtig abspringen. Das ist eine super Sache, dann hat sie sich da ran. Viele wollen das Rad dann so hoch reißen, das funktioniert nicht gut, dann kommt man nicht in eine Höhe, kein gutes Timing. Dann werden die Tables auch langsam größer, man kann auch vielleicht ein bisschen stylen. Tables sind sehr sicher, da solltet ihr üben. Ihr könnt ja auch eine kleine Rampe bauen, wir haben hier die MTB-Hopperrampe, man kann sich jetzt sowas selber bauen und dann erst einen Parkplatz üben. Dann kann man sich die vor Schrägen stellen, da haben wir ein Video jetzt auch zu gemacht, das macht super viel Laune. Und natürlich Step-Ups, irgendwo draufspringen, da muss man schon Routine haben, da kann man sich auch im Bikepark rantasten oder am lokalen Sport. Und wer natürlich viel Erfahrung hat, kann auch mal versuchen, eine ganze Welle abzuspringen im Pumptrack oder in der BMX-Strecke, das ist sehr fortgeschritten. Bis zum nächsten Mal.